Ja, hallo Leute, willkommen zum neuen Trophäen Guide. Und zwar mit TheFootballT. Wir müssen hier R1 gedrückt halten wieder, bis wir 9500 erreichen. Bei jedem 500 kriegen wir ein Trophäe. Und das ganze Spiel kostet gerade 1,49. PS4, PS5. Und kann nochmal gesteckt werden mit US-Versionen, PS4 und PS5. Sollte eine Dauer von etwa 3-5 Minuten dauern, bis man das Spiel durch hat. Oder bis man die Platin hat. Also ziemlich easy. Was interessant sein könnte, sind die Trophäen-Beschreibung. Sie sind allerdings auf Englisch, aber ich glaube, das sollte auch kein Problem sein. Und da wurde ein Trophäen-Beschreibung. So jetzt sind wir 7000. 9000 ist noch das Letzten. Und da wären wir bei 9500. Da kommt die Platin so Football Tee. Okay, das war das Video dazu. Okay. 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 Okay.